Der alte Mann unter das Meer, hat er schon einen Fisch gefangen? Ihr Buch? Oh ja, ja, hat er. Ein Happy End, ja? Nicht ganz. Der alte Mann trifft seinen größten Widersacher. Gerade als er dachte, dieser Teil seines Lebens wäre vorbei. Warum lässt er den Fisch nicht einfach frei? Der alte Mann ist der alte Mann und der Fisch ist der Fisch. In dieser Welt muss man sein, der man ist. Egal, was passiert. Na Opa, wette, bei deinem alten Job musstest du nicht so ein Ding rumschieben, oder? Hast mich erwischt. Kannst du mir das erstatten? Mach sofort die Kasse auf. Na los, gib mir den Ring. Nein, der gehörte meiner Mutter. Bitte. Schon gut, Jenny. Worum geht's in dem Buch? Es geht um einen Mann, einen Ritter ohne Furcht und Tadel. Nur lebt er in einer Welt, in der es keine Ritter mehr gibt. Mein Ring. Du kannst sein, was du möchtest. Ändere deine Welt. Ich hab versprochen, nie mehr der Mensch zu sein, der ich mal war. Aber wenn jemandem, den du kaum kanntest, etwas Unaussprechliches angetan wird, dann tust du etwas dagegen. Weil du's kannst. Bin wegen nem Mädchen hier. 16 Sekunden. 19 Sekunden. Sie haben nicht fünf Zuhälter getötet, sondern das East Coast Zentrum der russischen Mafia. Ein Mann mit seinen Fähigkeiten nicht fehlt, wissen, wer er wirklich ist. Er hört nicht auf, bis sie tot sind und alle, die ihnen wichtig sind. Das geht bis ganz nach oben. Hast du genug? Oder soll ich weitermachen? Stein für Stein, Leiche für Leiche. Was sehen Sie, wenn Sie mich ansehen? Was sehen Sie, wenn Sie mich ansehen? Warum sind wir anders? Was, wenn wir aus einem bestimmten Grund hier sind? Du bist nicht wie die anderen. Du bist neugierig.